Hallo und Willkommen im Schocktober Freunde. Dies ist mein erstes Video, Unboxing Video im Schocktober. Ich habe mir jetzt einen Film gekauft bei Facebook von einem netten Kollegen. Habe ich günstig abgekauft. Den wollte ich euch jetzt hier jetzt zeigen. Hier ist ein Horrorfilm drin. Der kam auch gestern an und hat auch richtig gut gepasst zum Schocktober. Ein Horrorfilm. Geil, Alter. Und zwar habe ich mir geholt im Mediaburg Hatchet 1, der erste Teil von Illusions, habe ich mir jetzt geholt. Innen schicken. Cover B müsste das sein. Was ist das denn drauf? Cover B. Da B. Da ist B. Okay, schauen wir uns erstmal. Also das ist Cover B mit der Achse vorne drauf. Richtig geil. Ich finde das Cover gut. Es gibt noch Cover A. Das ist so gezeichnet und so. Das ist auch geil. Aber das gefällt mir auch ganz gut. Old School American Horror. Den Teil habe ich noch nie gesehen. Muss ich da auch so sagen. Und ich habe nur Teil 2 gesehen und Teil 3. Hier sind wir die Inhaltsangabe. Hatchet. Die haben wir hier. Extras. Blu-Ray. Erstmal DVD. Hier sind Autokommentar drauf. Mit Adam Green. Blu-Ray Autokommentar mit Adam Green und so weiter. Bonus DVDs drin. Making of. Sprache. Deutsch. Bildformat. Ihr seht ja was da steht. Die Uncard Version. 81 Minuten auf Blu-Ray und 81 Minuten auf DVD. Hier. Die Nummer. Das Ganze ist limitiert auf 333 Stück. Ich habe die Nummer 300. Eine Sondernummer. Dann hat man das auch. Geil. Die Nummer 300 habe ich. Und ich habe hierfür 10 Euro bezahlt. Also 10 Euro habe ich hierfür bezahlt. Versand 3 Euro noch was. Also bei 13 Euro. Und ich habe auf Ebay gesehen. Das kostet eigentlich 40 Euro. dieses Mediabook. Boah. Ob ich das jetzt öffne? Na doch. Ist ja ein Unboxing Video. So. Ich habe es nämlich noch nie von drin gesehen. Dann kann ich ihn endlich mal schauen. Den Film. So. Jetzt ist der Wertverlust weg. Oh man. Ihr ganzen OVP Sammler. Also sowas Verrücktes. Filme immer OVP zu lassen. Nur um den Wert zu steigern. Und den teuer zu verkaufen. Die ganzen Mediabooks. Nur weil sie OVP sind. Also sowas Verrücktes. So. Da haben wir hier. Alles matt gehalten. Die Aktien blute ich und so. Geil. So. Das habt ihr ja schon gesehen. Und meine Limitierungsnummer. 300. Geil. Habe ich gar nicht gewusst, dass die 300 ist. So. Und da haben wir schon das Innenlegen. Das ist nämlich drauf auf Cover A. Das sieht auch gut aus. Richtig schick. Schickes Cover, Alter. Hier mit den Titis. Geil, Alter. Ich glaube, ich werde mir den erstmal anschauen. Zum ersten Mal. Da haben wir die Uncut Blu-ray. Von Illusions. Yo. So. Und dann haben wir hier eine Axt. Dann gehen wir auch hier gleich rüber. Zur letzten Seite erstmal. Da haben wir hier die DVD. Die sieht eigentlich genauso aus wie die Blu-ray. Und hier haben wir hier die Bonus-DVD. Auch schick. So. Und dann haben wir hier einen zusammenhängigen Innendruck. Mit der Axt und Blut. So. Und dann geht's los. Der steinige Weg des Victor Crowley auf die Leinwand. Jawoll. Ja. Das gefällt mir richtig gut. Ich finde die Hatchet-Teile auch richtig geil. Okay. Aber wie es mal wieder mal ist. Fällt mal wieder mal der Name nicht ein. Des Hauptdarstellers. Der hat auch mitgespielt bei Jason X. Mann. Fällt mal wieder mal der Name nicht ein. Dieses Schauspielers. Oh. Das hat mit einem Kumpel auf Facebook letztes noch geschrieben. Da hab ich ihn auch gefragt. Wie heißt der normaler Schauspieler. Vielleicht finde ich das hier. Das ist übrigens ein Interview. Das ist alles ein Interview hier. So. Hier ist ein Szenenbild. Also ich kannst du den. Also ich hab Teil 2 gesehen. Teil 3. Und die fand ich richtig geil. So richtig geiler Oldschool Slasher. Hier. Sogar mit Robert England spielt er mit. Oh. Warum finde ich das hier nicht. Wie der nochmal heißt. Der Schauspieler. Robert Hall. Nee. Scheiße. Hier ist nicht irgendwo drin. Ich weiß. Ich schreib das mir in den Kommentaren. Schreibt mir mal in den Kommentaren. Wie der Schauspieler nochmal heißt. Das macht ihr sowieso. Das weiß ich. Ihr helft mir auch weiter. Wenn ich was ich weiß. Dann schreibt mir das gerne in den Kommentaren. So. Dann sortiere ich wieder die Blu-rays. Und die DVDs. Also. Media Book. Toll. Richtig. Geil gemacht. Von Illusions. In der Ankertfassung. Es gibt auch starke kürzte Fassungen. Mit der FSK 18. Die man sich überhaupt nicht holen braucht. Die FSK 18. Okay. Ich wünsche euch viel Spaß. In dem Horror Oktober. Dass ihr schön viele Horror Filme schaut. Am besten den ganzen Monat. Jetzt nur Horror Filme. Ich glaube das werde ich euch mal was vornehmen. Das wird glaube ich jetzt mein erster Horror Film. In diesem Monat. Den werde ich mir nachher gleich anschauen. Und. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Wann ihr mir dieses Video schaut. Wenn man den Kanal noch nicht abonniert hat. Um kein weiteres Video zu verpassen. Kann es gerne hier tun. Es würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao Ciao. Bis zum nächsten Mal.